Wechselt Herthas Torhüter Tiag Ernst zu einem Champions League Club? Wie die Bild-Zeitung nämlich berichtet, hat sich der FC Porto nach Tiag Ernst ergründet, denn bei Porto sucht man scheinbar nach einem jungen, entwicklungsfähigen Torhüter und diese Pflegebeschreibung trifft durchaus auf den 21-jährigen Tiag Ernst von Hertha BSC zu. Ganz billig wäre so ein Transfer aber nicht, denn dem Bericht der Bild zufolge liegt die Schmerzgrenze der Hertha bei 6 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel soll es ebenfalls nicht geben in dem bis 2026 datierten Vertrag.